Willkommen zu einer neuen Review am Dienstag. Heute stelle ich euch den Film The Collector vor. Ich habe ihn mir aus der Videothek ausgeliehen und musste daher leider mit ein paar Schnitten Vorlieb nehmen. Allerdings habe ich mir mit dem Schnittbericht dann ein Gesamtbild im Kopf zusammenfügen können. The Collector ist vom Regisseur Marcus Dunstan. Man kennt ihn jetzt nicht so arg, würde ich fast sagen. Ja, wobei es ist so, dass er oft, also The Collector ist seine einzige Regiearbeit bisher. Er arbeitet allerdings oft mit Patrick Melton zusammen als Drehbuchautoren. Und ich habe jetzt hier auch einige Beispiele für euch, wo man sieht, bei welchen Filmen Marcus Dunstan als Drehbuchautor gearbeitet hat. Und zwar war er bei Feast 1 und 2 als Drehbuchautor tätig. Und viel berühmter hat er bei Saw 4, Saw 5 und Saw 6 das Drehbuch mitgeschrieben. Und auch beim kommenden Saw 7 oder Saw 3D ist er für das Drehbuch verantwortlich. Kommen wir nun direkt zum Inhalt von The Collector. Der ist nicht wirklich lang. Es geht darum, dass Arkan, der von Josh Stewart gespielt wird, ist so ein Handwerker und repariert eben Häuser, Türen und Schlösser. Und sein neuster Auftraggeber ist die Familie Jace. Und Arkan verdient aber auch den Unterhalt für seine, ich glaube Frau, der Ex-Frau kommt nicht genau raus, und sein Kind mit Einbrüchen auch und mit Diebstählen. Und da ist eben das Jace-Haus sein neuestes Ziel. Und er weiß eben, weil er gerade daran arbeitet am Haus und hat was fertiggestellt, dass sie in Urlaub fahren. Und er und seine Familie müssen noch diversen Kreditein was zurückzahlen. Und darum will er eben in das Haus von seinem aktuellen Arbeitgeber einsteigen, weil er weiß, da ist noch was zu holen. Und damit will er eben die Schulden begleichen, damit es seiner Familie wieder besser geht. Das ist so der Vorlauf zur Geschichte. Jetzt ist es eigentlich nur noch so, er steigt dann also an dem Abend in das Haus ein. So Abend, Spätabend wird es sein. Und dann merkt er aber so nach und nach, das Haus ist gar nicht verlassen, weil er dann Schritte im Haus hört. Und man muss hier sagen, der Collector ist nämlich schon da und hat das Haus mit schön vielen Fallen ausgestattet und spielt dann mit der Familie, die doch nicht ganz in den Urlaub gefahren sind, weil sie wohl den Ort nicht verlassen konnten, weil der Collector schneller war. Jetzt ist es so, von da an ist eigentlich, dass der Arkin, der ist zwar der Dieb, aber hier dann eher so der gutherzige Dieb und eben der Collector als Psychopath spielen so ein Katz-und-Maus-Spiel im Endeffekt. Das ist dann eigentlich schon alles. Arkin versucht dann stellenweise der Familie zu helfen. Ich verrate jetzt nicht, wer noch im Haus ist und wer nicht oder wer vielleicht zurückkommt, weil man soll ja auch die Spannung ein bisschen aufrechterhalten. Jedenfalls kämpft er sich dann durch die Räume mit den Fallen stellenweise, geht wieder in die oberen Stockwerke, geht auch mal in den Keller runter. Später stoßen dann auch noch ein paar Polizisten zur Szenerie. Das Ende verrate ich jetzt nicht. Eigentlich spielt so die ganze Geschichte dann in dem Haus und es werden so die einzelnen Räume mit den Fallen vom Collector vorgestellt und wie sich Arkin dann eben darin verhält und wie er versucht, der Familie zu helfen. Dann kommen wir eigentlich gleich zu den positiven und negativen Aspekten. Ich fand ihn wirklich durchgehend spannend. Also ich habe mich nicht erwischt, wie ich mir gedacht habe, langweilig oder habe mal irgendwie weggeschaut oder so. Also war wirklich nie der Fall. Ist sehr spannend aufgebaut. Das Fallen-Design erinnert natürlich ein bisschen an Saw. Ist klar, wenn da die Drehbuchautoren dabei sind und einer davon gleich der Regisseur. Ist echt ganz cool gemacht, wie der Collector die einzelnen Räume mit Fallen spickt. Man hat auch wirklich genug gute Gesehenen dann drin. Auch für so Horror-Splatter-Freunde würde ich sagen, obwohl es jetzt natürlich nicht eher um Splatter geht. Es ist eher so eine Mischung aus Horror und Thriller. Eher so auf Spannung aus. Man hat einen mysteriösen, bedrohlichen Killer, wo allerdings das Manko ist, dass er nicht wirklich beschrieben wird, beziehungsweise sein Hintergrund ist nicht klar und drum bleibt er ein bisschen blass vom Charakter her. Aber das macht ihn natürlich auch wieder ein bisschen mysteriös. Daher, dass der Film zu 90% in einem Haus spielt, hat man natürlich ein Gefahr der Enge und Bedrohlichkeit, da der Collector auch die Fenster verriegelt hat. Sie kommen also nicht raus, die im Haus sich befindenden Personen. Dazu kommt noch, was zur Atmosphäre auch wieder einen Plus verschafft, dass es in der Nacht spielt dann, während der Film läuft. Und draußen tobt noch ein Gewitter. Und mir ist auch wieder positiv aufgefallen, die Musik, die wirklich die spannenden Momente perfekt unterstreicht und die Handlung und die spannenden Momente eben perfekt vorantreibt. Kommen wir zu den negativen Punkten. Das Ende ist leider etwas unbefriedigend und vorhersehbar. Man hat, glaube ich, mit diesem eher offenen Ende die Tür offen halten wollen für einen zweiten Teil, könnte ich mir vorstellen. Dann, in der deutschen Fassung, die ich jetzt eben gesehen habe, finde ich, die Synchronstimme vom Arkin passt irgendwie nicht. Die ist so ein bisschen zu hell, brav, kindlich. Aber das wird jeder anders sehen. Dann habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, bestimmt ist dieser Psychopath die und die Person. Am Ende war es dann wirklich die. Also das war auch ein bisschen vorhersehbar, wer der Psychopath und der Fallensteller ist. Dann manche Fallen sind nicht gerade spektakulär. Man sieht halt relativ oft Räume, wo nur irgendwelche Stricke und Seide durch den Raum gespannt sind, wo eben dann die jeweiligen Opfer unvorsichtig reinlaufen sollen. Was mir auch noch negativ aufgefallen ist, wie ich es vorhin schon angeschnitten habe, die Charaktere werden wirklich nicht herausgearbeitet. Die werden nur kurz umrissen. Man erfährt eigentlich von niemandem direkten Hintergrund. Es geht, glaube ich, hier wirklich nur um das Haus als Hauptcharakter und die Fallen. Natürlich stellt sich damit der Film selber ein bisschen ein Bein, weil das wird dann ein bisschen belanglos, wer der Kerle ist und was es mit ihm auf sich hat. Trotzdem gebe ich 7 von 10, da die positiven Aspekte da ja durchgehend wirklich spannend ist und man eventuell doch auf ein gutes Ende hofft und wissen will, wie es ausgeht, überwiegt. So viel würde ich jetzt zum Film sagen. Noch was ganz Kurzes zur Schnittsituation. In Deutschland ist eine Version erschienen, bei der fehlen 2 Minuten zur R-Rated-Version. In den USA ist die R-Rated-Version erschienen und sie kommt auch bald in England raus. Man muss aber dazu sagen, die R-Rated ist dann eben die bisher längste erhältliche Fassung, allerdings fehlen immer noch 7 Sekunden zur Unrated, wobei man hier nicht wirklich weiß, ob die Unrated jemals irgendwann erscheinen wird. Also werde ich dann wahrscheinlich zur UK Blu-Ray greifen, die glaube ich in ein, zwei Monaten erscheinen wird. Vielleicht kommt ja auch über Österreich dann die R-Rated-Version über irgendein Label wie Illusions oder NSM. Gut, das war's dann von mir schon wieder für heute. Bis zum nächsten Dienstag.